BÄM Ende der mitsch die dort durch die Lupe genau das ist und mit dabei ist die dritte jump in der Räder zu schaffen drinnen und mit dabei ist auch der der schnitzel unter das schnitzel haben mit dem hausbild alle aller geschnitzelt und geschnitzelte haben euch dachte jetzt schon hier geht übel was ab gebildet kein problem da ist das aber auch gerne öfter man steht immer schön ein reiner an den kämmer mag das mit der mutter wutschen und wedeln irgendwann brauchst du du hast eine ganze folge ohne scheiß nein nein heil mich heil mich heil mich ich gebe honig in marie nein so wohl ich mache ja so willst du es man ja weil sonst lohnt es sich dann heil ich ja mich ein wochen da heißt du dich noch so einen honig für die marie kriegt mal als ausnahmen holen ist ja hier ist mir was gutes für den hals ne holen ich habe noch nicht verteilt oder wie man das was haben wir ohne schatten auch keiner gehabt so ne doch wir haben schon mal honig genommen aber das war wirklich sehr gut auf die bild hast du mich mal heilen dann wenn ich doch was das ist das erste mal heilen mit haben ja irgendwie nach dem mittel mille graucia du hast spezial sie haben keine mp mehr aber wenn ich sterbe dann habe ich glaube ich wieder voll mp also ich mich jetzt ruhig mal verrecken lassen ok dann habe ich glaube ich einmal stirb dann einmal heil war sondern müsste ich eigentlich wieder voll haben sollte funktionieren dachte ich guck mal wie viel mp der gegner verliert das fein hätte sie mit seinen epischen millionen von hps bei den gegnern einen arsch dagegen am arsch da man fällt in dem viel endlich meinen kopf ab wenn man weil denn endlich mal die fede da brauchen wir nicht mehr fehler und guck mal der hat ja so haut da hat fehler dazu eis und feuer so nicht wenn seine flügel hat die lappen ja richtig lappen hautlappen fliegende hautlappen ja jetzt wieder zurück das wünschen sommer kack scheiße und kann ich mir alleine du arsch misst hier ist tut mir leid dass ich solche solche strong language verwende aber echt ohne scheiß tober entrieb hier am arsch das dauert viel zu lange bei der mann stellen wir das mal wirklich brauche ich selber tempo gemacht mache ich drunter das wird ich denke mal stell dir mal so gut würde ich vor so fliegende lappen ja das vergleich mal mit dem da woanders fliegende hautlappen die sollen fliegende hautlappen fliegende hautlappen das hast du das hast du vor uns gesagt ja so deine aussage das war korrekt fliegende hautlappen trotzdem endlich sterben mit dem fliegenden hautlappen und sind zwei köpfen der ist doch vorne ist ja mehr hühnchen und hinten ist der märdino ja das nennt man dann auch in kimiere 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 genau so heißt das normalerweise oder richtung bayern würde man es wahrscheinlich kimiere aussprechen ruftschnitt endlich kriege ich eine luft schnitte das wird in der stadt sein müsste aufladen jetzt jungs das bin ich tut sonst werde ich nicht erlöst welch machst du das special und stirbst dann ja genau endlich mal nach dem blick bin ich gestorben und damit die noch einsetzen können dass das so jetzt musst du mary heilen hat geklappt ohne scheiß wie viele sequenzen hat in der spiel stehen ihre moves macht kann ich ja ist mir egal weil ich jetzt drückendlich auf den knopf ja wir brauchen jetzt die griechen decision vision ja so in etwa ich sehe ich jetzt gerade mal gucken auf die fehler von unserem luft die diesen fall ein paar glanz lack mäßig voll effekt glatt folge ich habe heute noch gedrückt du hast du schon das special ist mir weil ich mir krass bin und meine gegner angreifen jetzt zu dir ich mache das vielleicht auch ne ich stelle leute das muss der stadt ist dann greift ganz schön an oder das klingt noch mein telefon auch jetzt hier kann ich noch mal schlägt habe ich die jetzt geheilt ja du kannst jetzt schon ruhig nehmen stimmt ich wollte das ist total verplant wie immer aber wie lange braucht denn der eine gegner und jeder sondern noch weiter ich muss mal eben dass das noch jemand zu hause anruft ich würde sagen da braucht wirklich lang also das wird auch jeder so sein so ich bin wieder dabei geht los gehört meine fette aufladung das war eine fette aufladung ganz ganz fette mega fett er geht mir voll auf den keks der gegner ja mal lieber dein special und ja ich was sie machen vielleicht fällt er dann vom himmel oder so wir tun mal 10.000 tun mal 10.000 kilo stein drauf ja hier unsere luft die könnte oma mitmachen wird der künstler die ganze die kämpfen auch mein kopf wie blöd ich frage ja nur ein bisschen rum weil ich ja geil finde dass da muss ein zwinger schön ein schönes ding er ist cool gemacht definitiv können sie mitkämpfen die haare könnten noch ein bisschen mehr so kippel sie sind gleich kaputt wir sind alle gleich kaputt ja ja stellen wir aber ich finde schon geil so aber geil das ist alles schön animiert ist so bitte damit der video ist ein angriff überleben kann das sagt er wieso ich habe magie genommen hält ja du hast mich geheilt ja da habe ich mir gedacht oh mein gott so mg ich würde sagen ein tonig bevor wir alle fragen ja ich mache nehmen auch du nur nicht auf dich kippel wieso ich habe jetzt ja es wird doch mal meine magie aufbauen und dann merkt man groß rum die sind gestorben ich kann er zweimal hat jetzt gerade auch sehr merkwürdig ist gehört das ist sehr gut weil sich hier die katze gerade am mikrofon schuffelt alles okay ich will mitreden aber mit sprachen richter haben wir voll auf so nirgendwo man ist ja langweilig ich muss eigentlich nicht entschuldigung eigentlich finde ich den weg haben so ziemlich spannend eigentlich also schön gemacht animieren ja aber geht voll auf den sack wir kämpfen jetzt hier bald eine halbe stunde ich bin da und nein noch nicht aber gleich der marie du gibst mir jetzt ein honig jetzt bin ich da und ja warte ich drücke schon die ganze zeit erst da und erst durch die kreise ich wurde gehe ich halbisch und ich halbisch ein nein nein ja 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 mir egal scheiß drauf wie dem erleben zwar da ist er voll der rest geht schon dann klar so wechseln wir den karakter habe ich so jetzt habe ich auch wieder voll mp endlich juhu endlich kann ja niemand mehr was das wasser reichen ja das war nicht das muss auch du nein das musst du ich bin ich ich laute mich jetzt auch mal ja ich kann hier machen lassen mischt nicht ungeschichte schleich 80 breit und geschicktes fleisch so ist aber doch voll ausgerüstet wenn er sich nicht gleich tot umfeld wie sauer dann schreit ganz laut warum liege ich auf dem bote du fliegst du fliegst glaube ich dein schatten siehst du fliegst du fliegst du hast sogar null bekommen in null erfahrungspunkt dass du bekommst du keine drauf gehauen sie hab ich habe ich habe ich habe nicht mehr verstanden oder gehört auch immer jedenfalls geht jetzt weiter auf ihn dann fliegt mal nein hier steht für so noch noch sechs jetzt mal ganz alles was ist für eine ansicht hier aber dieselbe an sich also ich bin ja noch auf den kopf von lufti und wir springen lustig rum noch sechs noch sechs beinung so und jetzt bin ich ja auf lufti du bist jetzt auf lufti ja also ich bin hier irgendwie mit luft hier aber nur 2d ansicht wenn man auch auf luftis kopf sondern auf der 3d karte nur 2d ansicht also ganz schon nie gesehen so war man screenshot das nehme ich dann ist das sind verlustig ja deswegen macht das ich will wenigstens ziemlich aussieht und ein jahr ist wieder zu ich gehofft hier nicht rein wie sind die bekloppten amazon jetzt alle speichern weil ich dachte ja ich wollte gerade speichern aber die lassen mich nicht rein die töten die töten düdel aber wie macht man bei xp will ein screen ach so mit druck genau und druck dann ist die druck machen ich muss dann brauchst du nicht irgendwie auf super f4d oder sowas machen für ein screenshot wie bei einem meck ich bin das jetzt ausgedacht ich versuche jetzt hier irgendwo unsere stadt zu kommen damit wir speichern können ja wüsten fest nein da kann man nicht speichern was ist das hier für ein fork und noch mal klingeling klingeling hier kommt ja noch die die das ist eine frau ja das musst du sehen also es ist einfach die genau da kann man sich ab das jetzt in der dropbox neigeknallt die zwei screenshots ist jetzt hier gleich durch sehen gespeichert dass man gespeichert lassen dann machen wir ja so sieht er nämlich aus auf in den innen ich gehe auch mal schlafen du bist doch normal oder was ja ich bin doch da das ist oder klingel der hier voll krasses jetzt guck mal in diese dropbacks der frohste tag du wohnen speichern hat er jetzt bei dir gespeichert mit mir bei mary 15 37 54 sehr gut und jetzt keine ahnung hat funktioniert jetzt gleich zwei 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 vier